Die Konzepte Vulnerabilität und Resilienz sind eng miteinander verbunden. Einige wissenschaftliche Ansätze verstehen Vulnerabilität als Mangel an Resilienz und somit beide Begriffe als jeweils eine Kehrseite einer Medaille. Wobei Vulnerabilität dann auf einen Mangel an Kapazitäten und Resilienz auf das Vorhandensein von Kapazitäten im Umgang mit Risiken verweist. Wieder andere Konzepte verstehen Vulnerabilität als einen Risikofaktor und Resilienz als die Fähigkeit, auf Risiken zu reagieren. Der Resilienzbegriff wird heute in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen wie der Entwicklungszusammenarbeit, den Wirtschaftswissenschaften und natürlich der Disaster Risk Reduction mit durchaus unterschiedlichen Definitionen verwendet. Seinen Ursprung nahm er in der Materialforschung des 19. Jahrhunderts wird dann ab den 1940er Jahren in der Psychologie und Psychotherapie in Bezug auf die menschliche Psyche, ab den 1970er Jahren in der Ökologie und schließlich in den 1990er Jahren auch in den Sozialwissenschaften in Bezug auf Gesellschaftssysteme auf unterschiedlichen Maßstabsebenen eingeführt. Das United Nations Office for Disaster Risk Reduction definiert Resilienz im Kontext von Katastrophen als die Fähigkeit eines Systems, einer gefährdeten Gemeinschaft oder Gesellschaft, den Folgen einer Gefahr zu widerstehen, sie zu absorbieren, sich an sie anzupassen und sich rechtzeitig und wirksam zu erholen. Auch durch die Erhaltung und Wiederherstellung seiner wesentlichen Strukturen und Funktionen. Wie Sie auf der linken Seite der Grafik sehen, wird Resilienz einerseits als die Fähigkeit eines Systems verstanden, eine Störung zu absorbieren, bevor sich der Zustand des Systems verändert. Ein Beispiel wäre hier, dass ein ökologisches System längere Trocken- bzw. Hitzephasen überstehen kann, bevor es sich beispielsweise in Bezug auf seine Artenvielfalt nachhaltig verändert. Im rechten Diagramm sehen Sie, dass Resilienz auch als die Erholungsrate von einer Störung verstanden werden kann, also die Dauer, die ein System benötigt, um sich von einer Störung zu erholen. Eine sinnvolle Unterscheidung im Kontext von Naturgefahren ist jene zwischen der sozialen und der ökologischen Resilienz. Soziale Resilienz definierten etwa Birx & Ross im Jahre 2013 als einen kognitiven und interaktiven Prozess zwischen Akteuren auf mehreren Ebenen, um die Risiken und Auswirkungen jeglicher Störung zu mindern, zu lernen und sich auf allen Ebenen der Gesellschaft in die Richtung zu transformieren, dass die Widerstandsfähigkeiten gegenüber Risiken erhöht werden. Ökologische Resilienz definierten Volke und Kollegen im Vergleich dazu im Jahre 2010 als Robustheit oder Persistenz verschiedener Arten von Ökosystemen, also als deren Fähigkeit, grundlegende Strukturen, Prozesse und Funktionen nach Störungen aufrecht zu erhalten. Im Kontext von Katastrophen wird Resilienz durch das Ausmaß bestimmt, in dem Individuen, Gemeinschaften sowie öffentliche und private Organisationen in der Lage sind, sich selbst zu organisieren, um aus vergangenen Katastrophen zu lernen und ihre Risiken für zukünftige Katastrophen zu reduzieren, und zwar auf lokaler, nationaler, regionaler und und internationaler Ebene. Dies verdeutlicht auch, dass Resilienz im Kontext von Katastrophen sowohl als Ergebnis von Prozessen, etwa in Form einer erhöhten Resilienz nach der Transformation, als auch als der Prozess der Transformation selbst verstanden werden kann. Wie aber kann das Resilienzkonzept ganz konkret angewendet werden? Schauen wir uns in diesem Zusammenhang das Resilience Framework an, welches von der britischen Entwicklungsbehörde DIFFIT als Analyseinstrument für Resilienz im Kontext von Katastrophen im Jahre 2011 entwickelt wurde. Kontext meint hier die Frage, um wessen Resilienz etwa einer sozialen Gruppe, eines sozioökonomischen oder politischen Systems, eines Umweltkontexts oder einer Institution es konkret geht. Die Dimension Störung fragt danach, gegen welche Schocks, also plötzliche Ereignisse wie gewaltsame Konflikte oder Katastrophen und oder Belastungen, also beispielsweise langfristige Trends wie Ressourcendegradation, Urbanisierung oder Klimawandel, eine Gruppe Resilienz sein soll. Die Reaktionsfähigkeit meint hier die Fähigkeit beziehungsweise Kapazität eines Systems oder eines Prozesses mit einem Schock beziehungsweise mit Stress umzugehen. Dies wiederum hängt von der Exposition, von der Sensitivität und der Anpassungsfähigkeit ab. Exposition bedeutet das Ausmaß des Schocks oder Stresses, beispielsweise die Stärke eines Erdbebens. Sensitivität meint den Grad, in dem ein System von einem gegebenen Schock oder Stress betroffen ist oder darauf reagiert, also beispielsweise das Ausmaß an Zerstörung eines Erdbebens. Die Anpassungsfähigkeit bezieht sich darauf, wie gut sich das System an eine Störung oder einen Schaden anpassen, Chancen nutzen und mit den Folgen einer Veränderung fertig werden kann, also beispielsweise durch den Bau weniger erdbebenanfälliger Infrastruktur. Wie wir im rechten Teil der Grafik sehen, sind eine ganze Reihe von Reaktionen auf eine Störung möglich. So kann sich ein System nach der Störung beispielsweise besser erholen. Dabei werden die Kapazitäten verbessert und die Expositionen reduziert und das System ist besser in der Lage, mit zukünftigen Schocks und Belastungen umzugehen. Gleichermaßen könnte sich das System zwar erholen, wobei jedoch die zuvor bestehenden Bedingungen im Umgang mit Störungen weiterhin vorherrschen. Eine weitere Möglichkeit der Erholung nach der Störung besteht darin, dass sich das System zwar erholt, aber in einem schlechteren Zustand als vorher aus der Störung hervorgeht. Dieses bedeutet, dass die Kapazitäten, mit einer neuerlichen Störung umzugehen, reduziert sind und eine geringere Resilienz als vor der Störung vorliegt. Im negativsten Szenario bricht das System vollkommen zusammen. Dies führt zu einer katastrophalen Verringerung der Fähigkeit des Systems, die Zukunft zu bewältigen. Ein Beispiel hierfür wäre etwa die atomare Reaktorkatastrophe im Kernkraftwerk Tschernobyl im Jahre 1986 in der Ukraine. Ganz allgemein können wir feststellen, dass dieser relativ einfache Analyserahmen in der Praxis der Disaster Risk Reduction insofern hilfreich ist, als dass er die Resilienz eines Systems zu bestimmen hilft und auf dieser Grundlage Maßnahmen abgeleitet und umgesetzt werden können, die Systeme bzw. menschliche Gemeinschaften weniger anfällig und somit resilienter gegenüber unterschiedlichen Gefahren machen. Wie Sie sich vor dem Hintergrund der Ausführungen zum Begriff der Vulnerabilität sicher denken können, spielen auch im Kontext des Resilienzkonzepts soziale Netzwerke eine ganz wesentliche Rolle im Umgang mit den Auswirkungen von Naturereignissen. Auf der konkreten lokalen Ebene einer Gemeinschaft betrifft dies die Beziehungen zwischen ihren Mitgliedern, die ganz wesentlich für gegenseitige Hilfe und Unterstützung im Umgang mit Gefahren sind. Diese Beziehungen als verbindendes Sozialkapital sind nicht nur kurzfristig, sondern auch mittel- und langfristig von Bedeutung, da hier psychologische Aspekte wie etwa individuelles Sicherheitsbedürfnis, aber auch Vertrauen zum Tragen kommen. Aber auch die Beziehungen zwischen Mitgliedern einer Gemeinde und anderen Gemeinden oder Gruppen als überbrückendes Sozialkapital bzw. Verbindungen zu Institutionen wie zum Beispiel Katastrophenschutzeinrichtungen spielen im Kontext vom Umgang mit Gefahren eine ganz entscheidende Rolle für die Frage, wie diese Gefahren bewältigt werden können. Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass, wie anhand des Resilience-Framework von DIFFIT dargestellt, dass das Resilienzkonzept als Brücke zwischen Theorie und Praxis dient. Es betont die Bedeutung von gemeinschaftlichen, gesellschaftlichen und Regierungsaspekten bei der Erklärung und Reduzierung von negativen Risiken und Auswirkungen gefährlicher Prozesse.